Cameron Poe Sie haben sich des vollendeten Totschlags für schuldig bekannt. Auf Anordnung dieses Gerichts werden Sie in ein Bundesgefängnis überstellt, wo Sie eine Haftstrafe zwischen sieben und zehn Jahren verbüßen werden. Ich hoffe, es läuft alles glatt. So viele Monster in einer Maschine. Bitte, Jenny, alles ist perfekt organisiert. Wir müssen uns nur Sorgen machen um ein paar Schale Drinks und Turbulenzen. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Flugkapital. Ich habe die einzige Waffe an Bord. Willkommen bei Conair. 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 Vielen Dank.